Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Erkrat. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 695 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017